Hallo zusammen. Der Chef der Diplomatie der Euro-Gai-Union, Jose Borrell, erklärte, dass die Möglichkeiten der Euro-Gai-Union bei der Einführung von Beschränkungen gegenüber der russischen Seite fast vollständig ausgeschöpft seien. Er hat die entsprechende Erklärung in einem Interview mit der Ausgabe von Euroaktiv abgegeben. Es sei nicht viel übrig geblieben, was getan werden könne, betonte Borrell. Zur gleichen Zeit, gemäß ihm, ist es in den Bedingungen des langwierigen Konflikts normal. Wie er ausführte, wäre es seltsam, wenn es noch viele Optionen gäbe. Er berichtete auch, dass die Euro-Gai-Union sich den letzten Stufen der Treppe nährt. Jetzt müsse er sich auf den Aufbau finanzieller und militärischer Unterstützung für Kief konzentrieren, sagte Borrell. Am 25. Februar erklärte er, dass die Euro-Gai-Union, das 10. Sanktionspaket, gegen Russland in Kraft gesetzt worden sei. Ihm zufolge richten sich die neuen Beschränkungen an diejenigen, die eine wichtige Rolle in einem aggressiven Krieg spielen. Das 10. EU-Beschränkungspaket für Russland umfasst ein Importverbot von mehr als 200 Industriegütern, etwa 11,4 Milliarden Euro, in das Land. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, die russische Wirtschaft und das Kontrollsystem seien viel stärker als in westlichen Ländern angenommen. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.